Eine der, wie ich finde, subtilsten, aber wirklich anstrengendsten Verhaltensweisen von Menschen kann passiv-aggressives Verhalten sein. Denn es kommt nicht so offensichtlich daher, sondern blöderweise oft indirekt Überstimmungen. Ja, wie sieht es eigentlich aus, wenn Menschen sich passiv-aggressiv verhalten? Wie sieht das im normalen Alltag irgendwie aus? Ich habe einige Beispiele für euch, dann auch Probleme, die daraus resultieren, was das in einem vielleicht auch irgendwie auslöst. Dann aber auch ein paar Gründe, warum Menschen sich so verhalten. Aber natürlich auch einige Tipps, wenn man sagt, boah, nee, in meinem engen Umfeld möchte ich das nicht haben. Ich möchte mich da besser abgrenzen. Da habe ich einige Tipps und natürlich auch am Ende noch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Passiv-aggressive Menschen. Wenn man die im engen Umfeld hat, dann können die einem das Leben echt schwer machen, finde ich. Gerade dann, wenn man beschlossen hat, hey, man möchte doch ein entspanntes, glückliches Leben haben. Dann fliegen da immer so kleine Pfeile einem entgegen. Umso wichtiger ist, diese frühzeitig zu erkennen, um dann auch zu handeln. Wie zeigt sich jetzt aber passive-aggressivität? Ich habe acht Punkte für euch zusammengestellt. Meine Punkte mit Ergänzung von der Barrett Brogardt, die ist Professorin an der University of Miami. Ihr wisst auch, ein Punkt macht noch kein krankes Gegenüber aus, macht aber durchaus Sinn, sich das da mal genauer anzugucken. Das Erste kann sein, Dinge schlichtweg nicht zu tun. Hey, man hat mal Lust, irgendwas auch nicht zu tun, was absolut in Ordnung ist. Wichtig ist doch aber, dem Gegenüber das eben auch zu sagen, zu kommunizieren, eine Lösung zu finden. Wenn Menschen sich passiv-aggressiv verhalten, dann ist das wie so ein stiller Protest. Dann tun sie Dinge einfach absichtlich nicht, was anderen Menschen dann auch schaden kann. Das kann im total Banalen zum Beispiel sein, ihr arbeitet in einem Unternehmen und da gibt es irgendwie zwei, drei Kollegen, die stellen immer ihre Tassen und alles mögliche Geschirr auf den Geschirrspüler. Keiner räumt es weg, die anderen sollen es wegräumen. Es gibt ein Meeting, wo gesagt wird, hey, jeder räumt das Zeug jetzt ein. Das machen alle, bis auf eine Kollegin. Die macht es einfach, macht zwei Tage, dann wieder nicht, weil sie der Meinung ist, das ist eine Arbeit. Die können andere machen, aber doch nicht sie. Das sagt sie nur mal so schnippisch nebenbei, aber ansonsten räumt sie einfach permanent ihr Geschirr auf die Maschine, aber nicht unten hinein. Das Zweite ist, Dinge kaputt zu machen und diese zu beschädigen. Auch da, hey, jedem geht mal was kaputt, das kann einem auch Sau leid tun, auch von anderen Menschen. Aber es kann auch sein, dass das eine Form des passiv-aggressiven Verhaltens ist. Dass Menschen nicht vielleicht ganz unabsichtlich Dinge, die einem lieb und teuer sind, kaputt machen, aber auch, und das erkennt man auch am Umgang, damit es ihnen auch relativ wenig leid tut. Ihr habt zum Beispiel eine gute Freundin zu Besuch bei euch in der Wohnung. Und ihr habt euch neu eingerichtet und zeigt ihr euer Geschirr, ein ganz tolles Geschirr irgendwo. Wenn ihr sagt, hey, morgen früh zum Frühstück, da werden wir das richtig toll nehmen. Eure Leidenschaft, ihr mögt es. Und den nächsten Morgen, ihr betretet irgendwie die Küche und das macht Peng und Teile eures Geschirrs liegen auf dem Boden. Eure Freund steht da, oh nein, wie konnte das passieren? Das war aber auch alles so glitschig. Ich weiß gar nicht, liegt das daran, dass es neu ist? Und euer Geschirr liegt auf dem Boden. Sie hat tausend Ausreden, warum dem so ist. Will den Schaden auch nicht regulieren, sondern geht darüber sozusagen hinweg. Ihr wisst aber auch, dass sie auch umziehen wollte, ihre Wohnung schön einrichten wollte, es bis heute aber nicht getan hat. Und es gab schon einige Sachen, die sie bei euch irgendwie sich geliehen hat, die aber kaputt zurückgekommen sind. Auch das sind Sachen, dass sich Menschen etwas leihen beispielsweise, was euch lieb und teuer ist. Kann ein Kleidungsstück zum Beispiel sein, kann auch ein Auto sein, ja. Und dann halt ein Schaden daran ist und so, ja, euer Lieblingsstück sozusagen irgendwie ein Loch hat oder beschädigt ist, aber eben dieser Umgang damit eben nicht ist, das Ganze zu regeln, sondern es fast so ein Eins-Auswischen ist. Das kann dann durchaus passiv-aggressives Verhalten sein. Das Nächste ist Sabotieren. Dass Menschen zum Beispiel Verabredungen sabotieren, ja. Dass zum Beispiel ihr habt eine Freundin eingeladen, 19 Uhr zum Essen, 20 Uhr, sie ist nicht erreichbar, sie kommt nicht 20.30 Uhr, nicht erreichbar, sie kommt nicht 21 Uhr, sie steht mit ihrem Freund vor der Tür. Ihr habt ewig mit dem Essen irgendwie gewartet und sie fühlt sich aber auch überhaupt gar nicht irgendwie schuldig oder so. Ja, betroffen, entschuldigt sich dafür, sondern, ja, sagt eher mit so einem kleinen flapsigen Spruch zu euch, naja, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Du hast ja letzte Woche mit der Grippe auch im Bett gelegen und konntest nicht kommen. Du weißt ja, wie das ist. Bams. Das kann auch passiv-aggressives Verhalten sein. Es kann auch sein, dass wirklich Veranstaltungen auch sabotiert werden, die ihr vielleicht auch habt. Ihr habt vielleicht eine Hochzeit und eure Mutter sabotiert echt diese Hochzeit. Die war dafür zuständig, für den Blumenschmuck. Und ihr habt das eigentlich besprochen, was sie auch bestellen soll. Sie wollte euch helfen. Ihr kommt in den Raum rein und euch trifft der Schlag, denn eure Mutter hat irgendwie so wirklich unschöne Grüngestecke da überall hinstellen lassen. Dabei war etwas ganz anderes mit euch abgesprochen. Es kann auch sein, Ironie, der Witz, 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 Humor ist ja immer so eine Sache und da ist es auch so, dass passive Aggressivität über so komische Witze, die einfach keine Witze sind, ausgelebt werden. Ich habe euch hier oben und hier unten, also oben auf meinem Blog, einfach mal schauen, hier unten natürlich nochmal ein Video verlinkt, weil dazu habe ich nochmal ein extra Video gemacht. Wichtiges Thema, finde ich. Schaut euch das einfach gerne auch nochmal an. Dann kann es natürlich auch passiv-aggressives Verhalten sein, wenn andere Menschen vorführt. Wenn man Menschen etwas vielleicht anvertraut hat und diese Menschen das dann irgendwie breittreten, weitererzählen oder vielleicht sogar noch schlechte Witze darüber machen. Ihr habt vielleicht einer Freundin mal erzählt, dass ihr jetzt irgendwie gedatet habt und es alles nicht so richtig toll gelaufen ist mit einem Kollegen und dann seid ihr irgendwie auf einer Party mit ihr gemeinsam, hat auch schon ein bisschen was getrunken. Da sind noch ein paar Jungs mit in der Küche und dann sagt sie, ja wie sieht es denn aus? Ihr guckt mir meine Freundin an, auf der Arbeit klappt es nicht so ganz so gut mit den Jungs, aber vielleicht ist ja hier etwas dabei. Ich sehe jetzt Liebe in der Luft und ihr wisst überhaupt nicht, wie euch in dem Moment geschieht. Ihr sagt danach zu ihr, hey, was war das denn? Das war völlig verletzend in dem Moment. Und sagt sie, ja was hast du denn? Ja, es war die Gelegenheit. Da waren tolle Typen. Wo ist denn das Problem? Und dabei hat es euch auch in dem Moment zutiefst verletzt. Dann oftmals passiv-aggressives Verhalten, auch verminderter Augenkontakt. Auch das ist ein Punkt, dass Menschen euch einfach nicht anschauen. Ihr seid auf einer Veranstaltung und dort ist eine Bekannte von euch, die euch überhaupt nicht anschaut. Sie ist in einer Gruppe und sie guckt euch einfach nicht an und dann fragt ihr sie, sagt mal, ist alles in Ordnung? Ihr hattet nämlich eine kleine Diskussion vor einiger Zeit mit ihr, als es darum ging, wer irgendwie in dem Yoga-Kurs, in dem ihr gemeinsam seid, wer dafür zuständig ist für einige Aufgabengebiete. Da hattet ihr kleinen Konflikt. Da sagt sie, nein, nein, alles in Ordnung, ist schon gut. Und es stimmt aber überhaupt nicht mit dem Verhalten überein, dass sie euch permanent ignoriert und einfach nicht anschaut. Gleiches kann auch auf der Arbeit sein. Das sind so Sachen, die da passieren können. Dann auch ständiges Vergessen. Auch das kann passiv-aggressives Verhalten sein. Passt zu diesem Dinge-nicht-tun, was ich euch eben gesagt habe. Ich meine, manche Menschen sind ein bisschen vergesslich, manchmal unorganisiert oder leicht abgelenkt. Hey, geschenkt kann absolut passieren. Aber es gibt eben auch eine Grenze, wo es einfach nicht mehr irgendwie mal vergessen ist, sondern wo es, wie gesagt, in so passiv-aggressives Verhalten geht. Also zum Beispiel, wenn ihr mit eurem Lebensgefährten die Vereinbarung habt, dass er irgendwie immer die Wohnung durchsaugt und er das irgendwie so gut wie nie macht. Und ihr dann immer wieder auch ihn daran erinnern müsst und er dann wieder so halbherzig das Ganze macht, das Ganze aber auch mit euch nicht klärt, dass er Saugung total bescheuert findet. Und das kann dann schon durchaus passiv-aggressives Verhalten einfach sein. Dann ignorieren eines anderen Menschen. Das kann auch sein, dass ihr auf einer Straße jemandem begegnet, der euch offensichtlich sieht, aber offensichtlich einfach auch ignoriert. Und auch das kann einfach in dem Fall passiv-aggressives Verhalten sein. Muss es nicht immer. Kann auch sein, dass er seine Brille irgendwie vergessen hat oder einfach in Gedanken ist. Kann alles mal sein. Wichtig ist natürlich dann auch wieder nachzufragen, um das auch einfach abzuklären. Aber das kann durchaus, wenn das absichtlich passiert, passiv-aggressives Verhalten sein. Und dann gibt es diesen Punkt in Gruppen. Das habe ich auch in diesem Artikel gefunden. Das ist sehr interessant. Wenn ihr beispielsweise auf einer Veranstaltung seid, wo ihr mit eurem Kollegen seid und dann trefft ihr einen Kollegen aus der anderen Abteilung. Und dieser Kollege, der guckt euch nicht mehr an, gibt euch gerade so die Hand und unterhält sich nur mit eurem Kollegen. Und ignoriert euch permanent. Ihr versucht euch dann ins Gespräch so ein bisschen einzubringen. Aber er beachtet euch überhaupt gar nicht die ganze Zeit. Dann kann auch das passiv-aggressives Verhalten sein. Und hierfür kann eine voreingenommene Mikroaggression sein. Klingt ja erstmal ein bisschen wild, aber das ist ganz interessant. Es kann sein, dass diesen Kollegen, den er trefft, dass er irgendwie Vorurteile hat. Vorurteile gegenüber Frauen. Frauen im Business. Frauen haben doch im Business irgendwie nichts zu suchen. Nämlich sowieso gar keine Ahnung. Oder der Kollege neben euch ist irgendwie promoviert. Ihr nicht, naja, dann fühlt er sich, denkt er sich, ich rede nur mit Menschen auf Augenhöhe. Also so Vorurteile und was überhaupt nichts entschuldigt. Aber das kann eine Ursache eben sein, passiv-aggressiven Verhaltens. Dann ist auch eine Form des passiv-aggressiven Verhaltens, andere Menschen auszuschließen. Auch das war ja eben schon mit dieser Gruppendiskussion. Das kann aber auch sein, dass, Beispiel, ihr habt eine Freundin und diese Freundin von euch, die kennt ihr schon Jahrzehnte. Und ihr seid auch damit der Grund gewesen, über euch hat sie ihren Partner kennengelernt. Also sie war immer so ein bisschen so ein Ankerpunkt auch dazwischen. Und nun steht die Hochzeit an, dieser turbulenten Beziehung. Und ja, sie schickt euch eine Information, dass sie heiratet. Keine wirkliche Einladung. Und ja, ihr schreibt in eine Mail und sagt, ja, danke für die Information. Feiert ihr denn gar nicht? Doch, doch, wir feiern auch. Aber es wird nur eine ganz, ganz kleine Feier und da laden wir nur ganz wenig Menschen ein. Na ja, habt ihr gedacht? Okay, ist ja in Ordnung, wenn du die Familie kommen soll. Naja, und zwei Tage nach der Hochzeit bekommt ihr dann die Bilder zugeschickt. Was alles andere ist an einer kleinen Hochzeit, außer nein, es wurden richtig viele Leute eingeladen, teilweise weite Bekannte. Und ihr seid doch extrem verwundert. Und ihr wurdet in diesem Moment von ihr dann absichtlich ausgeschlossen. Bei der Nachfrage, dass es dann doch eine größere Feier war, darauf schweigt sie einfach und klärt das überhaupt gar nicht. Das war eher passiv, aggressiv von ihr gemeint. Denn sie war schon immer eifersüchtig darauf, dass ihr einfach gut mit Jungs klargekommen seid und sie immer ihre Probleme hatte. Ja, was steckt oftmals dahinter? Habt ihr eben schon gemerkt, oftmals, gerade auch im krankhaften Narzissmus, das Thema Neid einfach. Neid darauf, dass eben zum Beispiel jemand mehr hat, etwas besser hat. Wie zum Beispiel, weil das jetzt das Banale ist, wie gesagt, mit der Kaffeekanne oder das Geschirr, was da runterknallt. Freundin das vielleicht irgendwie nicht hat. Oder auch so Sachen wie diese Nicht-Einladung zu dieser Feier. Also das ist manchmal so, dass das dahinter stecken kann. Oftmals eben auch ein geringer Selbstwert bei den Menschen, die dann auch nicht einfach klären und sagen, ich möchte das nicht. Ja, ich möchte zum Beispiel diese banalen Sachen wie mit dem Saugen. Ja, sowas zum Beispiel auch einfach zu klären. Oder auch, wenn diese Freundin sich da scheinbar geärgert hat, wenn man wegen der Grippe abgesagt hat, das zu klären. Und zu sagen, hey, das fand ich nicht gut, dass du da nicht gekommen bist. Beziehungsweise kommen wir zum nächsten Punkt, auch das sich einfühlen in andere Menschen. Das kann auch dahinter stecken. Dann Wut und Ärger oftmals, der eben halt darüber kanalisiert wird. Auch das kann ein Punkt sein. Dann kann es auch sein, dass diese Menschen auch die gute Stimmung und Freude anderer Menschen vermiesen wollen. Ich meine, diese Vorstellung mit der Hochzeit, die Blumen sind nicht schön, das ist natürlich nicht die Ausgewählten. Das ist natürlich keine wirklich schöne Sache. Und oftmals kommen auch passiv-aggressive Aktionen, wenn andere Menschen im Mittelpunkt stehen und auch um schlechte Laune, die einfach da ist, diese über eben Konflikte, die woanders sind, über passive Aggressivität einfach sozusagen abzureagieren, was ja absolut nicht in Ordnung ist. Was für Probleme resultieren daraus, werde ich euch jetzt sagen, bevor ich dann zu den Tipps komme. Ich glaube, man muss sich mal bewusst machen, dass dieses Passiv-Aggressive eigentlich genauso schlimm ist, wie das offensichtlich Aggressive. Ich finde es manchmal, wie gesagt, noch viel nerviger, viel vergiftender, oftmals im eigenen Leben, wenn man Menschen hat, die sehr so drauf sind, weil sie subtilere Taktiken sozusagen einfach verwenden, ohne dass sie jetzt morgens aufstehen oft und das zu machen, aber es ist einfach sehr verletzend, sehr heimtückisch im Ganzen und es ist einfach nicht positiv fürs eigene Leben. Und dieses schlechte Verhalten, was die Menschen dann an den Tag legen, das wirkt einfach. Das wirkt dann oftmals einfach auch noch nach und das ist einfach überhaupt gar nicht schön. Und es ist auch so, dass es im Gehirn tatsächlich so eine Art Auswirkung hat, habe ich in dem Artikel gefunden und das finde ich auch nochmal ganz spannend für einen selber zur Erklärung. Denn bei diesem Beispiel, wo dieser eine Frau da keinen Augenkontakt gesucht hat und dann meinte, nee, ist alles in Ordnung, da ist ja etwas gar nicht stimmig. Und es ist eben so, dass das Gehirn auch kaum wahrnehmbare Veränderungen des Gesichtsausdrucks, der Körpersprache, der Körperhaltung und Veränderung des Verhaltensmusters durchaus feststellen kann. Und sobald das unbewusste Gehirn Feindseligkeit einer anderen Person entdeckt, aktiviert es die Amygdala, das ist so ein Bereich des Gehirns, in dem eben diese Angst verarbeitet wird. Und die ist auch mit einer Kampf- oder Fluchtreaktion verbunden. Und diese physiologische Veränderung kann dazu führen, dass man sich ängstlich, bedrohlich, besorgt, gestresst oder einfach nur unwohl fühlt. Und das ist ja dieses, wenn Menschen sich so verhalten, dass man sich einfach überhaupt gar nicht gut fühlt und aus diesen Prozessen kommt das eben einfach auch. Oftmals ist es auf den ersten Blick nicht so richtig klar belegbar. Man zweifelt vielleicht manchmal, denkt sich, boah, die Freundin konnte ja mal passieren, dass das runterfällt. Dass man so ein bisschen sich einfühlt und in andere, was ja auch gut ist, aber vielleicht auch zu verständnisvoll an manchen Punkten dann eben auch agiert. Und das ist natürlich auch nicht wirklich gut fürs eigene glückliche Leben. Und vielleicht wird man dadurch auch immer unsicherer, weil man halt immer mehr vielleicht auch falsch liegt, Dinge dann auch einfach falsch einschätzt. Das ist natürlich alles nicht gut. Deswegen jetzt noch sechs Tipps für euch, um mit diesen Menschen im eigenen Umfeld umzugehen, wenn man sie hat. Das Erste ist sich nicht verunsichern lassen. Manchmal leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber man sollte da schon bei sich bleiben. Zum Beispiel bei so Sachen, wie gesagt, mit dieser Freundin, der das da passiert ist, mit dem Geschirr, sich echt anzugucken, ist das schon öfter passiert zum einen. Und zum anderen auch, wie geht sie eigentlich mit der Situation irgendwie um? Tut es ihr auch wirklich leid? Will sie den Vorfall auch klären? Das sind, finde ich, Punkte, da muss man schon mal ein bisschen drauf achten. Dann auch beim Thema Ignorieren von Dingen einfach auch. Auch da zu gucken, will das Gegenüber mit mir das Ganze klären und auf einen guten Weg kommen? Oder passieren immer wieder solche Sachen, die dann einfach schlechte Stimmung bringen? Und dann kann man eben auch klarstellen und auch einfach nachfragen. Wie hast du das gerade eben gemeint, was du da gesagt hast? Und man sollte sich da auch nicht verunsichern lassen. Wenn man sitzt und sagt, du bist doch so empfindlich. Was bist du denn so unflexibel? Ich meine, wie alt bist du denn? Nicht verunsichern lassen. Genauso auch auf der Arbeit, wenn die Kollegin an der Meinung ist, sie ist auch noch im Recht, wenn sie sich nicht an diese Regeln hält. Da klar bei sich zu bleiben, sich da auch nicht abzukämpfen, aber auch dann seine Konsequenzen zu ziehen, das ist enorm wichtig. Da auch in dem Fall auf sein Bauchgefühl auch zu hören. Ich habe euch ja gesagt, wenn da irgendwas nicht stimmig ist, Gesichtsausdruck, Verhalten, Ja, dann gibt es ja diese komischen, was ich eben beschrieben habe, Effekte. Dann ist es vielleicht auch so ein Signal, sich das vielleicht mal genauer anzugucken. Und eben diese, nächster Punkt, Stimmigkeit von Gesicht und Gesagten. Da auch einfach mal ein bisschen drauf zu achten. Und dann eben auch, wenn man diese Person im engen Umfeld hat, einfach genau zu gucken, okay, wie weit entscheide ich jetzt, dass diese Person auch wirklich in meinem engen Leben ist. Denn mitunter habt ihr mit solchen Menschen, seid ihr es gewohnt, mit solchen Menschen euch zu umgeben. Das ist oftmals so, wenn man zum Beispiel mit krankhaft narzisstischen Eltern aufgewachsen ist. Passiv-aggressives Verhalten findet ihr oft, gerade bei verdeckten Narzissen beispielsweise im krankhaften Bereich. Vielleicht kennt ihr es kaum anders, als irgendwie solche Stimmungen aufzuspüren und das zu managen und Verständnis zu haben. Da vielleicht auch eine Sensibilität zu entwickeln, dass Dinge auch nicht okay sind. Und dann auch zu gucken, hey, wen habe ich davon wirklich in meinem allerengsten Umfeld? Ihr werdet nicht drum hinkommen, solchen Menschen immer wieder in eurem Leben zu begegnen, weil ihr lebt ja nicht auf einer einsamen Insel. Wichtig ist aber einfach, den souveränen und gelassenen Umgang damit auch zu lernen und sich eben die Situation auch genau anzugucken und da eben auch seine Grenzen zu ziehen. Und das ist eben auch mein sechster Punkt, eben zu entscheiden, inwieweit man eben guckt, wie eng möchte ich mit passiv-aggressiven Menschen, die oft so ein Verhalten, es gibt ja nicht die Menschen, aber Menschen, die oft so ein Verhalten an Tag legen, für die es komplett normal ist, wie weit will man die im eigenen Leben haben? So, jetzt noch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Das erste ist, ja, hast du in deinem Leben viele passiv-aggressive Menschen? Das zweite ist, wie verhalten sich diese Menschen dir gegenüber? Und das dritte ist, wie kannst du beginnen, erste Grenzen diesen Menschen gegenüber zu ziehen? Ja, meine Lieben, das war mein Video zur passiven Aggressivität mit vielen praktischen Beispielen. Wenn ihr jetzt jemanden kennt, dem das Video weiterhelfen würde, schickt es ihnen doch total gerne. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es total gerne. Nächsten Samstag ein neues Video, wie gewohnt von mir. Ihr merkt meine Stimme, sorry, 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 war heute nicht so richtig doll. Mich hat so ein bisschen so eine leichte Erkältung angeflogen, die ich gerade versuche abzuwehren. Ich hoffe, ich bin erfolgreich. Ich werde es euch nächste Woche wissen lassen. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen eine zauberhafte Woche. Zieht euch warm an, dass ihr euch nicht erkältet. Macht's gut, bis dann. Also, ciao.